Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Auf unserem Terminplan stehen heute folgende Beiträge. Verborgene Schätze gab es beim Familienfest in Mützzuschlag zu entdecken. Hier wurden Türen geöffnet, die ansonsten gut versperrt sind. Ein Blick hinter die Kulissen einer Stadt. Vieles liegt in der Stadt Mützzuschlag im Verborgenen. Diese Schätze galt es beim Familienfest zu entdecken. Spaß, Action und Wissenswertes für die ganze Familie wurde geboten. Das ist eine gemeinsame Aktion von den Ausstellungswelten. Das sind alle Museen in Mützzuschlag in Kooperation mit dem Tourismusverband Mützzuschlag und der Stadtgemeinde Mützzuschlag unter Beteiligung der Römisch-Katholischen Kirche. Wir haben bis 12 Uhr genau 370 Besucher, davon 195 Erwachsene und 175 Kinder. Start und Ziel der Schatzsuche war der Stadtplatz. Mit dem Schatzsucherexpress konnte man zu den einzelnen Stationen kommen. Los geht unsere Suche im Wintersportmuseum. Wir haben eine Wurfstation, da können die Kinder mit Bälle einfach schießen und versuchen, die Museen zu treffen. Und dann haben wir unsere Metailenwerkstatt, man sieht da hinten die Kinder basteln. Und ja, unser Lager hat geöffnet. Also wir haben zwei Termine, wo man sich das Lager, die sogenannte Insel anschauen kann. Und unsere Schätze mit unserer ganz, ganz großen Sammlung. Skier von Hermann Mayer, Ingemar Stenmark und vielen anderen ehemaligen Top-Athleten werden hier gehütet. Wir rücken auf unsere Reise ein Feld weiter, ins Brahms-Museum. Auch hier gibt es eine Besonderheit. Wir haben hauptsächlich zwei Aktivitäten. Bei der einen Aktivität kann man Salzteig basteln, sag ich einmal, entweder ausstechen oder aus Salzteignoten formen. Und im Musikzimmer haben wir ein Komponierspiel. Also da wird gewürfelt und da kann sich jeder seinen eigenen Walzer praktisch komponieren. Verborgene Kunstschätze zeigt an diesem Vormittag auch die Stadtpfarrkirche zur heiligen Kunigunde. Da haben wir einen Zeilen gerade und da ist angeschaut, wie viele Engel es gibt. Und da haben wir die Engel, sollen wir es nachher hinschreiben. Anlass für das heurige Motto des Familienfestes war ein halbrundes Jubiläum. Wir feiern ja heuer 85 Jahre Stadterhebung, Stadtmützzuschlag. Und im Laufe der Zeit hat sich die Stadt selbstverständlich auch vom Aussehen her immer wieder verändert. So sieht man heute die Fröschnitz nicht mehr. Und wir wollten einfach auch den Kindern wieder einmal zugänglich machen, wie es denn früher war, wo der Verlauf der Fröschnitz ist. Und das können Sie heuer heute ausprobieren mit einer Fahrt unterm Stadtplatz unten durch. Die Bootsfahrt war auch der Renner bei den Kindern. Gut ausgerüstet bestiegen sie das Boot und fuhren vom Holzwollbühlen und dem Stadtplatz durch bis zur Volksschule. Ja, ich habe gewusst, dass heute die Bootsfahrt ist, aber wir haben überrascht gehabt, dass ein Wasserfall war. Und das war sehr interessant und lustig. Aber nicht nur Action war es, was den Kindern gefiel. Ich war mit meinen Freundinnen im Brahmsmuseum und im Intersportmuseum. Wie gefällt dir das Familienfest? Sollt es so etwas öfters geben in Münzzuschlag? Ja, auf jeden Fall. Also mir gefällt es super. Toll. Und mir hat eigentlich alles gut gefallen. Wirklich. Die Schatzsuche führt uns weiter ins Südbahnmuseum. Ja, bei uns kann man eine Münze prägen. Das hängt zusammen mit 85 Jahren Stadtmürzzuschlag und natürlich mit dem Römerschatz, den man in unserem Museum sich anschauen kann. Dann kann man auch ein Werterhaus basteln, ganz originalgetreu, wie es auch auf der Semmeringbahn ist. Und man kann auch Modellbahn spielen, selber mal Eisenbahn spielen. Natürlich gibt es Führungen durchs Museum und auch in Sondierstollen. Hier konnte man sich auch bei einer ordentlichen Eisenbahnerjause stärken, um für die weitere Schatzsuche gerüstet zu sein. Wer seine Schatztruhe gut gefüllt hatte, konnte an einem Gewinnspiel mit tollen Preisen teilnehmen. Anlässlich der Woche der Landwirtschaft lud die österreichische Landwirtschaftskammer zur Podiumsdiskussion ins Volkshaus Langenwang. Unser Essen fällt nicht vom Himmel. Mit diesem Motto will man auf den Wert unserer heimischen Nahrungsmittel aufmerksam machen. Steiermarkweit wurden zwei Podiumsdiskussionen zum Thema Lebensmittelpreise veranstaltet. Die eine in der Bauernkammerzentrale Graz und die zweite im Volkshaus Langenwang. Als Gemeindevertreter unserer Marktgemeinde bin ich sehr stolz, dass diese großartige Veranstaltung hier bei uns im Veranstaltungszentrum Volkshaus durchgeführt wird. Denn es ist eine österreichweite Veranstaltung und in Langenwang sind wir natürlich auch sehr bestrebt, Gesundheit und Ernährung zu unterstützen. Die Bauernvertreter stellten an diesem Abend klar, dass sie angesichts der geringen Produzentenrohstoffpreise nicht für die Teuerung der Lebensmittel verantwortlich sind, weisen aber sehr wohl auf den Wert ihrer Produkte hin und fordern hierfür einen gerechten Preis. Es geht vor allem darum, aufzuzeigen, dass unsere Lebensmittel ihren Wert haben und dass auch die Produktionskosten gestiegen sind und deshalb eben auch eine gerechtfertigte Preiserhöhung stattfinden muss. Eine sehr gute Möglichkeit zur direkten Förderung sieht die Bezirksbäuerin im Bauernmarkt. Der Bauernmarkt ist eigentlich diese Möglichkeit, wirklich den Bauern den Preis zu bezahlen, den sie verdienen. Und die Chance für die Bauern steht gut, dass Konsumenten doch etwas mehr für das Leben ausgeben wollen. Die Ernährungsberaterin weiß selbstverständlich um den Wert gesunder Lebensmittel, würde sich aber eine effizientere Werbestrategie gesunder heimischer Produkte wünschen. Ich finde es auch sehr wichtig, weil man einfach der Bevölkerung klar machen muss, dass unsere Lebensmittel nicht vom Himmel fallen. Ich bin ja auch in der Beratung für Kinder tätig und Projektbegleitung für Kinder und auch dort ist es ganz, ganz wichtig, den Kindern wirklich zu erklären, woher die Lebensmittel kommen. Die heimische, regionale, saisonale Nahrungsmittel wirklich diese Nahrungsmittel sind, die für uns wichtig sind und für unseren Organismus gut sind. Johann Freis, einer der letzten vier von einst 38 Fleischhauern im Mürztal, setzt auf eine gute Zusammenarbeit mit seinen Bauern. Wir sind überhaupt die Letzten, die noch mit Bauern zusammenarbeiten, die von den Bauern die Rinder und die Tiere kaufen, selber schlachten und verarbeiten und die Produkte erzeugen. Dem Chef der österreichischen Landwirte ist es schon lange ein Anliegen, den heimischen Lebensmitteln jenen Stellenwert zu geben, der ihnen aufgrund der ausgezeichneten Qualität auch zusteht. Weil unsere Bäuerinnen und Bauern den Konsumenten jene Sicherheit bieten, die sie die Konsumenten im Zeitalter der Globalisierung auch wünschen, nämlich nachvollziehbare Produktion und dann kommt noch dazu, dass auch die Landschaft offen gehalten wird. Gerade hier im Mürztal, glaube ich, ganz ein wesentlicher Aspekt und die müssen entsprechend honoriert werden. Auch im Preis beim Einkauf und das ist jetzt die Aufgabe von uns, das entsprechend bewusst zu machen. Und da geht mein Appell auch an die Verarbeiter und an den Handel, hier entsprechend dafür zu sorgen, dass es auch eine gerechte Verteilung gibt. Ein Vorzeigeprodukt der steirischen Milchbauern hat das geschafft, wovon die österreichische Nationalelf noch träumt. Erzherzog Johann, in diesem Falle eine Käsesorte, hat sich den Weltmeistertitel geholt. Wir hatten heuer das Glück des Tüchtigen vermutlich, dass wir in der Kategorie Hartkäse mit dem Erzherzog Johann die Goldmedaille machen konnten und als draufgekommen, sozusagen mit dem steirischen Bergkäse die Bronzemedaille. Das freut uns riesig und ich kann mich da nur bei unseren Leuten recht herzlich bedanken, die das so gemacht haben, dass das möglich war. Mit der Podiumsdiskussion sollte das bessere Verständnis zwischen Produzenten und Konsumenten gefördert werden und eines klarstellen. Unser Essen fällt bestimmt nicht vom Himmel und wächst erst recht nicht im Supermarktregal. Diesen Beitrag widmeten Ihnen die Raiffeisenbanken Oberes und Mittleres Mürztal. Wir freuen uns, Sie in unserer Bank willkommen zu heißen. Unser kompetentes Beraterteam in den Hauptanstalten und den Bankstellen hat das richtige Bankprodukt aus allen Bereichen eines modernen Bankdienstleisters für Sie. Maienzeit ist Maibaumzeit. Quasi über Nacht schießen Sie aus dem Boden. Im ganzen Land werden zum Monatsbeginn die Maibäume aufgestellt und manchmal auch schnell, zu schnell wieder umgeschnitten. Wir waren beim traditionellen Maibaumaufstellen des ESV Neubausiedlung dabei. Wie es bei uns Brauch ist, wird am Vorabend des 1. Mai der Maibaum aufgestellt. Danke schön an den Herrn Reisenhofer Franz, der uns den Baum gespendet hat und an die Firma Böttl, der uns den Granz gewidmet hat. Anbringen möchte ich auch noch, dass wir heuer Maibaumumschneiden haben am 9. August. Das ist ein Samstag. Ich hoffe, es kommen viele Leute, dass wir wieder eine gute, gelungene Veranstaltung haben. Ja, es freut mich wieder sehr. Es ist wieder uns gelungen, einen Maibaum zu organisieren und natürlich aufzustellen. Man sieht ja, eine Menge versucht, das Ganze jetzt in die Höhe zu bringen. Die Mitglieder des ESV Neubausiedlung packten kräftig an, um ihren Baum in traditioneller Weise zu errichten. Sepp Reenhofer ist einer der wenigen, die das Maibaumaufstellen ohne mechanischen Hilfsmittel noch beherrscht. Er weiß, worauf es ankommt. Es gibt nicht mehr viele, die das irgendwie gelernt haben und die, die das noch ein bisschen beherrschen. Besonders achten muss man, dass alle an einen Strick ziehen, dass nur einer rett und dass wirklich die Gleichmäßigkeit gegeben ist. Weil wir wollen den traditionsgemäß aufstellen, nicht mit einem Traktor oder irgendwas, weil sonst kommt das an und für das sind wir da. Mittels Stangen und Seilen wird gezogen und gestemmt, bis der Maibaum in der richtigen Position ist. Der erste anstrengende Teil wäre geschafft. Nun heißt es aber, Vorsicht und Augen auf. Gegen Abend müssen wir dann aufpassen, dass uns das Maibaum wieder nicht so wie vorher gesehen umgeschnitten wird. Und da haben wir eigentlich einen speziellen Mann heute, der was die ganze Nacht wachgehalten tut und sich, der es auf jeden Fall gesagt hat, und diesmal wird nicht umgeschnitten. Sind die Täter aus dem Feuer eigentlich gefasst worden? Die Täter haben wir noch zwei, drei Tage, haben sich freiwillig gestellt. Zumindest haben wir es dann gewusst, wer es ist. Es war der Lausbaumstickel, aber schuld waren wir eigentlich selber, weil wir eigentlich das Farb gesäumt haben, dass wir da eine Wache haben. Wir sind wohl in der Hütte drüben gesessen, aber leider haben wir das nicht einmal gehört, weil wir den Fuchszwanz schon geschnitten haben und auf einmal ist er noch gelegen. Und heuer werden wir natürlich auf jeden Fall versuchen, dass das uns nicht mehr passiert. Wie auch immer die Wachen ihre Arbeit heuer erledigt haben, einem zünftigen Maibaumumschneiden steht nichts mehr im Wege. Die ESV Neubausiedlung ist fast schon das kleine Veranstaltungszentrum von Hönigsberg. Wir als Hönigsberger Gemeindevertreter sind natürlich sehr froh, wenn unsere Vereine in Hönigsberg, wie heute hier die RTSV Neubausiedlung, solche Veranstaltungen durchführen, weil es einfach zu einem Wohlfühlen im Ort dazugehört, wenn Veranstaltungen sind, wo sich die Bevölkerung treffen kann, wo sie sich dann wirklich untereinander austauschen kann und einen gemütlichen Tag verbringen kann. Merken Sie sich den 9. August vor, denn da kann man sich auf ein großes Fest freuen. Wie beim Aufstellen wird es auch beim Maibaumumschneiden wieder Musik, gute Laune und allerlei Köstlichkeiten geben. Der Maibaum ist auch heuer wieder einem Lausbubenstreich zum Opfer gefallen. Das wäre noch kein Problem. Allerdings wurde er in der Nacht zum 3. Mai wieder umgeschnitten, was einen großen Sachschaden zufolge hat. Lausbubenstreiche sehen anders aus. Fest gibt es trotzdem eins. Statt eines Maibaumumschneidens wird es ein Sommerfest werden. Im neu eröffneten Red Hair Friseursalon in Mützzuschlag wird auch im Shop-Bereich Beratung großgeschrieben. Hier können Sie aus der gesamten Produktpalette von Schwarzkopf, Vela, Goldwell und L'Oreal wählen und Haarschmuck für jeden Anlass sowie Bürsten, Kämme und Profigeräte aussuchen. Das Team von Red Hair in der Marietzeller Straße 11 beim Kreisverkehr freut sich auf Ihren Besuch. Das TV-Mürz-Interview in dieser Woche führe ich mit Ernst Smolle. Er leitet seit 1976 die Johannes-Brams-Musikschule in Mützzuschlag. 1978 haben die Wiener Philharmoniker die Patronanz über die Orchesterarbeit der Johannes-Brams-Musikschule übernommen. Und in der Folge hat Nikolaus Hanokur, das Mur-Mürztaler Jugendsinfonieorchester, dirigiert. Die Arbeit von Ernst Smolle wurde auch heuer besonders ausgezeichnet und zwar in Zürich mit dem Nikolaus-Hanokur-Preis, dotiert mit 12.400 Euro. Herr Smolle, der Maestro persönlich, hat die Laudatio gehalten. Welcher Teil ihrer Arbeit wurde mit diesem Preis gewürdigt? Gewürdigt wurde die Teamarbeit an der Johannes-Brams-Musikschule, die Nikolaus Hanokur live kennengelernt hat und für preiswürdig erachtet hat. Wie wird dieses Preisgeld verwendet? Dieses Preisgeld wird zur Gänze verwendet für die Weiterentwicklung unseres Innovativprofiles und zur Förderung von hochbegabten Kindern und zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund. Sie haben internationale Musikkurse initiiert und leiten diese seit 2004 selbst, wodurch zahlreiche junge Menschen einige Zeit in dem Mützzuschlag verbringen. Wir sind zurzeit aktuell damit beschäftigt, diese Kurse, die sich bei uns etabliert haben, zu einer ganzjährigen touristischen Chance möglicherweise für Mützzuschlag und für unsere Region zu machen. Mehrere Konzertreihen sind untrennbar mit dem Namen Ernst Smohle verbunden. Wen wollen Sie mit diesen Veranstaltungen ansprechen bzw. erreichen? Mützzuschlag ist sehr reich an Konzertserien. Es gibt die Konzertserien des Kunsthauses, des Brahms-Museums und der Johannes-Brams-Musikschule. Wir wollen schlichtweg alle Menschen erreichen. Wie wichtig ist es Ihnen, dass junge Mädchen und Burschen ihre Musikschule auch national oder sogar international ihren Weg machen? Unsere Schülerinnen und Schüler sind sehr erfolgreich als Solisten. Sie waren gerade sehr erfolgreich beim Wettbewerb Prima La Musica. Sie sind ganz, ganz wichtig, auch als Motivatoren und als Vorbilder für alle anderen Schüler. Sie arbeiten mit berühmten Orchestern in Ungarn, der Slowakei, Rumänien, Russland und Japan zusammen. Welche Herausforderung bedeutet dieses Engagement für Sie? Berufsorchester sind natürlich sehr, sehr kritisch. Darüber hinaus gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen einem Kinderorchester, einem Jugendorchester und einem philharmonischen Orchester. Und zwar, es gibt keinen Unterschied in musikalischer Hinsicht und schon gar nicht in Bezug auf die Kommunikation mit den Jugendlichen oder mit den professionellen Musikern. Am 16. Mai gibt es nun einen besonderen Termin im Stadtsaal Mützzuschlag. Am 16. Mai kombinieren wir in bewährter Form ein Profiorchester aus Ungarn, die Kamerato Hungarica, die zu den besten osteuropäischen Orchestern zählt, mit unserer Suzuki-Gruppe. Das sind rund 20 sehr begraubte Geigenschüler und einem Violinkonzert, in dem Solisten aus der Johannes-Brams-Musikschule drei Lehrerkolleginnen auftreten. Die Arbeit an der Johannes-Brams-Musikschule strahlt also auch international aus, was sich unter anderem mit ihrer Mitarbeit in der österreichischen UNESCO-Kommission für Kunstvermittlung niederschlägt. Herr Smolle, noch alles Gute für Ihre Zukunft an der Musikschule und für Ihr internationales Wirken. Danke für das Interview. Obwohl zurzeit wirklich alles hervorragend läuft mit den Schülern, mit der Stadtgemeinde, mit allen unseren Partnern, nehmen wir diese Glückwünsche sehr, sehr gerne entgegen. Wir brauchen sie dringend. Wenn es um Tonart geht, muss es sich nicht zwangsläufig um Musik handeln. Eine Sonderausstellung im Wintersport- und Heimatmuseum befasst sich mit der Volkskeramik Mützzuschlag, auch liebevoll Heferlbude genannt. Was viele nicht wissen, das Wintersport-Museum Mützzuschlag befasst sich nicht nur mit der liebsten Freizeitbeschäftigung in der kalten Jahreszeit, nein, es beheimatet auch ein Heimatmuseum. Zurzeit ist eine Sonderausstellung mit dem Titel Tonart zu sehen. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Keramikkunst in und um Mützzuschlag. Der Sammler Erwin Scheikl befasst sich seit langem mit dieser Thematik und hat unzählige interessante Exponate für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt. In den Kriegsjahren, wo Mützzuschlag als Notstandsgebiet deklariert worden ist, Gott sei Dank die Winterhüfswerk-Aufträge gekriegt hat, wo man sagt, die Max- und Moritz-Figuren, Kasperlfiguren, die Sternzeichen und so weiter und so fort. Und man darf nicht vergessen, es waren zu dieser Zeit ungefähr 72 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt im Keramikbetrieb. Und zu der Zeit, wo die Winterhüfswerkssachen gemacht waren, haben sie zusätzlich 50 bis 60 Leute aufgenommen für die Fabrik, die nur die Winterhüfswerkssachen gemacht haben. Die Ausstellung hat sich der Herr Scheikl Wahnsinniges angetan und es ist wirklich mehr als schön, was er da zusammengebracht hat. Ich kann ihm nur gratulieren und ich muss im Namen meiner Altvorderen sehr dankbar sein, dass er das gemacht hat, weil er ist wirklich der Mann, der das am besten hingekriegt hat. Und es freut mich natürlich, wenn so etwas noch irgendwo weiterlebt. Im Auersbachgraben, genau dort, wo sich jetzt das Dunkelportal der Semmering-Schnellstraße befindet, stand einst die Volkskeramik Mützzuschlag, liebevoll Häferlbude genannt. Dass mit der Keramikkunst in und um Mützzuschlag ein ganz besonderes Thema aufgearbeitet wird, beweist nicht zuletzt das rege Interesse an dieser Sonderausstellung. Alle wollen Bescheid wissen, wie es früher einmal war. Jeder hat noch so ein bisschen eine Erinnerung, auch an die keramischen Gegenstände, die man vielleicht zu Hause dort oder da noch aufbewahrt. Und ich freue mich besonders, dass es so eine gute Symbiose ist, dieses Haus herzunehmen, wo man ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, gleichzeitig aber auch in einer modernen Umgebung ein bisschen Basis und Grundlagen für einen Blick in die Zukunft schaffen kann. Ich habe in Leom studiert, habe ich meinen Mann kennengelernt, nachdem ich einige Keramik-Sachen zerstört habe, unwissenderweise. Dann hat er mir weitergeholfen und das erste Weihnachtsgeschenk war dieses, also so ein Reh, wie da hier, dieses braune steht. Ich war restlos begeistert, habe aber vorher schon in Chienberg und so diese Figuren eingekauft, ohne zu wissen, dass ich da jemals einmal irgendwie in Beziehung geraten könnte. Ich bin das erste Mal da in diesem Mürzzzuschläger-Museum und ich bin begeistert. Es wird noch spezielle Veranstaltungen dieser Sonderausstellung geben, wie zum Beispiel aktives Arbeiten mit Ton für Kinder und Erwachsene unter der Leitung von Christa Habermann. Die Öffnungszeiten des Wintersport- und Heimatmuseums Mürzzzuschlag, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Auch die soziale Kompetenz wird im Hammerhaus großgeschrieben. Gemeinsam mit ihren Gästen ist es Familie Vogt ein Anliegen, Kids at Home mit diversen Aktivitäten zu unterstützen. Auch für größere Gesellschaften ist man im steirischen Heurigen gerüstet. Von Montag bis Sonntag, ab 13 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen ab 10 Uhr, mit einem Ruhetag am Dienstag, freut sich die Familie Vogt auf ihren Besuch. Das Hammerhaus liegt direkt an der Bundesstraße zwischen Mürzzzuschlag und Spital am Semmering in Krautschenhof 15. Schauen Sie vorbei auf Rippern, Plunzen, Stelzen oder hausgemachte Mehlspeisen. Schmankern gibt es hier jede Menge. Schauen Sie auch bei uns vorbei. Nächste Woche bei TV Mürzz gibt es wieder neue Beiträge. Danke vielmals fürs Zusehen. Auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020